Lashlifting ist die Alternative zur künstlichen Wimpernverlängerung. Deine eigenen Wimpern werden in einem schonenden Verfahren geliftet und bekommen dadurch mehr Kraft und vor allem Volumen. Perfekt für alle Liebhaber von Naturwimpern inklusive zusätzlicher Vitaminbombe für deine Wimpern. Die Behandlung dauert ca. 30 Minuten, der Effekt hält ca. 6-8 Wochen und kann beliebig oft wiederholt werden, ohne den eigenen Wimpern zu schaden. Und wer es gerne dramatisch mag, darf gerne Mascara zusätzlich auftragen. Ansonsten heißt es Lift & Go!